Du bleibst bis das fertig ist! Woher gehst du hier nicht nach Hause? Tu das Schnau, dass du so laut bist! So laut ist! Oh, ich hab'n neuen Charakter! Yay! Oh Gott, du... Dass ich der Röhrig bin, dass ich... Lachkrippe mal was! Das geht nicht! Gut, bei der zirte Zreckling-Tammys helfen dem Zambi-Team nur die schlauesten... Aha, 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 mhm, mhm, mhm... Eine richtige Zweist-deutsch... Ach so... Oh, da haben wir ein paar da... Okay, mach mal... Schmeiß weg! Oh... Das hat sich so eklig angehört, Digga! Als wenn du dich grad so kurz war, bevor du dich bekotzt so, weißt du? Hm, freut mich mal warum! Was? Alter, ist das schon wieder getoppt? Ist das schon wieder der Blue? Hä? Was hast du denn jetzt schon wieder mit mir? Du, bist du als erstes gekillt? Brach nur zu doof! Auffach! Einst du auf! б hopper! Dopp! Lüttel und nur tot und wir werden die um die Tüte der 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 die Tüte 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 und und diese vorliegenden die erledigt auch dort wird top Prozent grösslich haben wir vorstellen warum du so hoch bist du spielst wahrscheinlich nur mit unterschiedlichen Charakteren ja immer im Wechsel wie gerade um die Bock hat und die Kälte der EU deswegen ist so hoch du kriegst halt jedes Mal eine Stufe extra den Charakter den hochziehen muss den zu hoch Mb Mb für die Hälfte halt hier ja auch meine und wo schießt der denn die ganze Zeit hier warum blieb denn das ist wieder der Fotz der Fotz der Fotz der Fotz einfach mal ficken ihr Drecksache was ist das hier was ist das hier das ist doch Agro scheiße mann warte blu warte blu warte zu geil wer ist das bestimmt Agro hh 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 Boeh hh 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 n hh 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 Ohhhh Ich trage den Presslufthammer Presslufthammer Oh, alter Du hast vielleicht einen Presslufthammer Ja, richtig Er presst das dann Hammer Der Louis Hammer, hammer, hart Hammer, hammer Mann, Mann, Mann bei der die 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 steigern die gesellschaftlich wurde vorhanden mann das ist ja wie sehr steigern doch was ich komme warte da oben was ist das wer ist das wo ist das das war niemand von euch ja rennt ruhig weg da hinten rennt ein engineer durch die gegend und ihr rennt einfach weg ey ihr seid ja auch geil engineer engineer so gut aber japan so aber das ist schon krass man halt da dass sie halt so ein Feuerelement und noch so ein Eiselement haben ja nur ich werde hier ständig mit Elementen weggeknallt ist oberheftig da ist er hier soll ja der Hirokayse kommt hier war wieder der Seilis ne Maiki Maiki und Seilis sind die selben Figuren auch cool hörst du den sagst die Ironie da drin auch schon wieder mit Feuer hier Lava Kanone was ist das denn ey da 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 oh cool ich bin da ich bin 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 jetzt war die erste auf Kahn war übrigens nein die alles mehr der Esper die am urgestörten bei mir ja weil die dann mit dem mit dem mit dem Ding rumgeflogen sind Mimimim ach so stimmt ja dann stehen die ja nur um damit ist viel zu tun genau wenn man das will das das habe ich mich auch schon beobachtet ich dachte das machen die denn hier das ist schon wieder der Vorlagenmeister was hast du gesagt scheiß Vorlagenmeister habe ich schon wieder die scheiße das sind die denn na das der komische grüne Stern ja da kamen Endzwang Silus ist halt unser Sternchen ich kann die Dinger nur empfehlen ich bin sehr geil was? die grünen Sternchen? ja die Analogs die gehen mir in die Worte ach so ach ja schön die Zuschauer die mein Video auch noch mit angucken die sind geil kann ich euch nur empfehlen das ist alles total weggespoilert boah sie können ja mein Video angucken weil das Video wird ja als erste Torel an ja das ist aber live grad und die Leute die grad zugucken denken sich vielleicht alter was boah wie jetzt ja welche Zuschauer die gehen auf den Youtube Kanal und stellen Video an weil sie wissen wollen was genau die gehen auf den Youtube Kanal und gucken hä? wie jetzt? wo ist denn das? grad ist man grad im Sack um das Kanal live auf Youtube sehe da ist sogar der kleine Sack das kleine der kleine der kleine der kleine Der kleine der kleine Hoden Hoden Der schleift über den Boden. Der Houdin. Der Houdin. Der Houdin. Das ist hart. Der Houdin. 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 Ach, ich bin jetzt Zombie. Ach, hast du gemeint. Wir sind im Team. Ich gehe auf Zombies los. Und mich frisst die Lustige Pflanze. Dann würde ich mir die Brille sauber machen. Der Houdin, oder? Bist du selber der Zombie? Das sieht man doch. Ich sehe das nicht. Er meint mich selber. Bist du auf die Zombies loskommst? Hallo? Hallo? Ja. Au. Ach ja. Das ist der Professor von Kleiner Scheiße. Das ist der Professor von Kleiner Scheiße. Das ist der Professor von Kleiner Scheiße. Professor von Scheiße. Ach, Mann! Ich schieße mich so mit dem der Lüstedter. Ich gehe ja mal ab. Ich halte den Sack. Ich gehe doch mit dem Sack. Hä, hä. Hä. Hä, hä... Hä? Hä!!! Hä? Hä? Äh, Hä? Hallo? Mit Amir los? Haha, der kippt nicht! Ich weiß, das ist gar nicht wo die Wahrseite da! Prostop Thomas Kei! Dieser verfickte Hong Kong Kong! So, so, so! Er guckt den Englisch in den Livestream an! Hm, keine Ahnung! Naja, toll, dann wollte er mir was mit Spoilern erzählen! Na, wirst du wann die Videos da sind? Wann die veröffentlicht werden? Ne! Die grünen wir mal jetzt gerade! Ah, man, naja, siehst du, du rennst jetzt gerade! Das ist noch nicht mehr ansatzweise im Internet! Naja, aber wenn du rennst, dann wird's gleich hochgeladen! Naja, das ist heute innerhalb von spätestens einer Stunde oben! Naja... Ja, das ist ein bisschen länger geworden! Ja, das ist ein bisschen länger geworden! Und crash, Christa, Hümmel! Ein bisschen! He, du Affe, war scheiße! Sollte er mich mit seinem verkackten Schnapper angreifen! Nix ist! Ich bin betolbt wie per! Ja, heil euch durch, gegenseitig, ihr blöden Sonnenblumenpflanzen! Ey, alter! Hümmel! Oh, man! Grinst du zu blöd, Mikey! du doch nicht du doch nicht nicht da raus hab ich den Chris getötet ja weil meine Sonnenblume hinter mir awesome war die ganze Zeit hängt sie mir an der Pelle und dann wenn es drauf ankommt jetzt haben wir hier jetzt haben wir hier ein Seiles im Gegensatz und ein Mikey jetzt haben wir ein Crash im Gegensatz und ein Crash Christus bestellt Teil von die Kaffee bestehst du nicht Prozent Prozent das ist die auch feste Fick dich ein Watzky. Komm rein jetzt hier. Komm her. Stopp, stopp, stopp. Ich hab den Krieg nix gebacken mit den komischen Haugen. Hä? Sätze für ein Feinstation. Hä? Und was bin ich gerne jetzt gerade hochstördert worden? Geht nicht. So bam bam. Bam bam. Und bam bam. Bam bam bam. Bam bam bam. Fingt euch doch alle mal euer verdammtes scheißgrünes Knie, ey. Meine Fresse, ich kann nur noch lange laufen ohne Kackmine zu treten, ey. Ja, das macht es schwierig. Mann. Ich bin total mienverseucht hier. Welter Schisser, ey. Ne, warte, kriege ich die Luft, komm. Warum? Warum stoppt der denn nicht? Ich kaste aus, du homophob. Homophob, du homophob. Ja. 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 Juhu. Auf der Brick. Da ist so ein Heilding. Oh nein. Oh nein. Ey Mann ey. Ich tue jetzt nie mehr wiederbeleben hier. Gib mir mal auf die Eier hier. Jedmal stirbt man bei dem Piss. Wenn es jetzt wirklich um ein Ticket geht. Ne, okay. Gut. Wenn es jetzt wirklich um ein Ticket neu gegangen wird, dann teilt ihr ja dann. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Was ich gerade gerissen habe, ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh ja, ins Unten. Willkommen, Kopp. Oh ja, was ist los bei dir? Halt die Frösse. Halt die Frösse. Halt die Frösse! Ich bin Vogelfutze. Halt die Frösse! Hallo Halt die Frösse! Ich brauche den Schlampe! Ich schnauze hier! Echhoo! Ja... Bei irgendjemandem ist da ständig Unruly. Echho! Bei Agro Was? Bei dir Äh, Echo Bei uns Bei mir ist... Okay, Echo Doch Siehst du? Hä? Jetzt bei Blue Hä? Hm Blue Bei Blue Mann! Hey Mann! Was ist los bei dir? Äh, hier heute Warum? Aber warum ist das eigentlich bei Blue? Weil du spielst ja normalerweise mit Headset, oder? Ja Alter, wir müssen doch die Ohren zerdrücken Mach mal uns leiser, ey Ja Ja, dann meckerst du rum, wenn man dich nicht in Aufnahmen hört Da- Du sollst deinen Kopf noch mal leiser machen Und nicht, nicht mit chicken bara aufnahmen leiser machen M Nextㅋ waking time 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 time- Du sollst einfach nur deinen Ton, den du hörst, leiser machen, nicht den Ton, der der Aufnahme ist Weil dann hören wir uns bei dir bestimmt auch nicht mehr Und brützst du den ja deine Ohren kaputt? Nö ありがとう Ich habe mich schon daran gewöhnt, dass hier rumschreit. Fick dich! Wer war das denn wieder? Ich habe den Zug ge... Das gibt es doch gar nicht. Ich bin doch... Ach nee, ich bin ein Pflanze. Ha, Blu! Habt's gedacht hast du dich gekillt, hä? Hä, haste du dich gekillt, haste ich gekillt, du-de-de-de! Was aber nicht, was aber nicht, ha ha ha! Haa, warte ab! Diese bescheuerte Football-Spieler eh, echt. Das ist so du-du-du-du dumm! D-du-du dämlich! Tut-tut. Tut-tut. Träger-iusst. Mö-mö-mö. Monster-Scheiße. Scheiße, Scheiße. Ja, Monster-Click. Anwalt-Tournament. Ja. Insta-Git. Einfach nur... Müll. Ähm. Was? Müll. Ja. Geil. Das ist ein Klassiker. Stahl das war mein erstes erstes richtiges PC Spiel aber es sind nur ein Zeichen des 2003er es geht auf die hier in der Sitzung 99 das war eine Seite richtig geil es war noch Zeit halt der Verlust neidbar da oben will er mich verarschen oder was 38 Prozent so ein erstes PC Spiel und dort soll ein Fahrt ist ein weiter er hat gewonnen vor dem Moment vor dem Köln mein Gott warum schießt ich den jetzt so wieder auf die Pflanzen ich hatte scheiß zugebracht die Städte die Städte war oder hätte alles vermieden und wieder der erhält so Maximus K.O. oder? Fick dich tot! Meine Herren! Das Spektakulatur! Das wär aber ein geiler Tod! Was? Ja, ich hab doch gesagt, Fick dich tot! Das will ich sehen! Ach Mensch, jetzt kommt ein Schnapper wieder um die Ecke hier! Fuck you! Ey, komm jetzt ran! Das hol' dich jetzt weg! Und da kommt von hinten wieder einer! Warum seid ihr so ein Scheiß-Scheiß-Arsch-Ficker und kommt ständig von hinten an gerannt? Mit kleinen, miesen Drecksecker! Komm ran jetzt hier, du! Bure! So! Da kam... Der Zug! Da kam der Zug! Und der wieder weg gelasht wurde! Scheiße! Ich dachte, wieder von hinten bin ich jemand angegriffen, dabei machst du zu! Jetzt hab ich so'n Arschloch, ey! So'n Arschloch habe ich jetzt! Da könnte ein Vogel drin wohnen! Wie einer so'n Scheiß-Footballspieler! Warum schnappt denn sich keiner den? Alle rennen sie weg von den Scheiß-Footballspieler! Die laufen hier durch! Ich hab' 200... 200 Bulls! 200 Bulls! 200 Bulls, sag' ich! Bald! Einmal! Einmal mit Profis! Ich hab' aber bei... Ey schon wieder so'n verfickter Dreck-Sack! Ich hab' diese Scheiß-Footballspieler satt! Ich hab' diese Scheiß-Footballspieler satt! Weil die sind echt so'n Overpowered! Es gibt so'n Sack! Aufgesägt! Einmal mit Profis! Hahaha! Stirb doch einfach mal! Ey! 67%? Willst du mich verarschen? Ich hab ein komplettes Magazin, auf dem sie in den Schädel draufgebrummt! Ey, was ist das? Ass! Hä? Ah, genau, Alter! Ich bin weggeflogen mit meiner APG, mit meinem APG-Schuss Und wer trotzdem neu killt, Alter! Ja, ich muss da mal raus, du bleib einfach! Ja, Alter, ich will dir schon was! Ne? Ich hab' endlich! So, ja, okay, Agro! Ich wünsche euch noch viel Spaß, ne? Fettig! Neee- Scheiße! Auf Service! Ich mein' die ist richtig, ähm... Hä? Was ist das denn hier für einer? Der hat hier 3 Kanonen am Start! Oh ne! Wenn du einmal schreist, dann komm' ich da rüber und zerrte deine scheiß Stimme! Mit auch scheiße, ja, Alter, komm doch! Komm' doch, komm' doch! Hahaha! Schlinge dir auf dem Hals und hände dich an deinen perfekten Stimmbändern auf, Alter. Ehh! Also bei mir ist es auch die letzte Runde. Zu die Schleuze, für mich, ne? Ich bin echt übelst auf den Sack. Suck übelst mit diesen Ember Waffen von diesen High Level Fritzen. Also High Levels dürften nicht mehr mit so Low Levels zusammenspielen. Das ist ja total wie ein Arsch. Guck doch an da. Wir haben zwei 50er, die haben hier 3 40er drin. Dann lass uns doch nochmal ganz normales Ding mal holen. 29er? Das ist was scheiße hier, Alter. Ne, ich will ja schon diese Sachen freischalten. Weil die kannst du, glaube ich, nur in diesem Modus freischalten. Ne, ja. Waffen und so ein Zeug. Ne, ne, das schaltest du mit Stickern frei. Bei Türmathe, da kannst du die Sachen ja nicht benutzen. Weißt du, das sind so Standard, glaube ich. Das weiß ich nicht genau. Ja, der ist sehr gut. Ja, der ist sehr gut. da kommen sie ja. Willkommen. Das hat den wir rausgefunden haben. Das ist so wichtig. Hat ja lange dauert, Alter. Ein kleiner Pisser. Das ist echt toll. Mr. Hoos. Die Onkel nicht dabei mehr. Das war die letzte Runde. Das war's für heute. Äh? Ui Der kann doch nicht mit mir Okay, bitte mal. Alter, block mich nicht hier, geh weg, man, du Pisser. Ah, fuck. Wie kann ich denn da treffen, Mann, Alter, ist doch scheiße. Triff mich denn die ganze Zeit hier. Mann, ey, der blockt hier rum, der Spinner. Junge.